Merkenthin Da fahren wir doch mal hier vorne rein Wo wir sonst immer so achtlos vorbeifahren Merkenthin am 12. März 2014 Früher war das ja immer so, dass außerhalb von solchen Siedlungen da Gesichtenhäuser waren Für die Libra-Kranken Aber Heute ist das nicht mehr so Mal gucken, wie es hier weiter geht Gerufen, geraten, fahren wir geradeaus Kennt man die? Kann man auch fahren Dann lassen wir erstmal geradeaus Dann kommen wir irgendwo hier wieder raus Von Parkenthin Straße Das war der alte Bahn Wir haben noch Ah, sattlos wir kommen hier ganz durch Ah, siehst du wohl Ich glaube rechts Da geht es in Penplay rein Oder so Ah, hier kommen wir wieder runter Guck mal Abkürzung Dann lass mal geradeaus Dann lass mal geradeausgeführt machen Ah, da muss ich noch zur Apotheke nehmen Wieder Medizin holen Wieder Medizin holen Ah, wisse Das haben wir auf dem Verkehrsstil zu sehen Zwei schwarz angemalte Kinder Schulkinder Auf weißem Hintergrund Mit roter Umrandung Und hier ist auch die Schule Ein Fisch abgebildet In grüner Grundhöhe Auf orangenem Hintergrund Na, mal gucken Bange oder Irgendeine andere Farbe Ja, ist die Schule Guck mal Eine Gemeinschaftsschule Mit dem Team müssen wir uns öfter mal vorknöpfen Hier gibt es eine ganze Menge zu sehen Guck mal, da kannst du auch die Kirche begucken Sehen Ah, warum nicht? Ah, dann lassen wir hier hochfahren Letztes Mal haben wir da unten links gefahren Dann fahren wir hier hoch Da unten ist die Polizei und so Die wollen wir auch nicht stören Ja, und Tultenweg mal rein Warum nicht mal den Tultenweg, ne? Hier auch mal gucken, ob es alles gesund ist Ah, kann ich nur bestätigen Vorläufig jedenfalls Da hast du auch einen Schwenkelbrunnen Pumpe So, dann kommt hier vorne raus Da ist irgendwie so ein Gebrauchtwagen Haha Also ganz einheitlich ist es hier doch nicht Wie man gedacht hat Wie man gedacht hat Alle Formen hier längs Hier natürlich auch schon Dies und Nass zu sehen Turnierweg Könnte man rein müssen Können Spricht jetzt noch ein bisschen billiger Aber dann auch wollen wir nicht tanken Wollen heute noch einen Ratzebock Ein bisschen begucken Bei so viel schönem Licht Da können wir alles bekommen hier Polizei, Feuerwehr und Amsthaus glaube ich auch noch Genau Da ist ja die Schleuse Letztes Mal haben wir da ein Schiff drin gesehen Diesmal ist das ein Nextwellen Das Haus steht immer noch leer Obwohl sie Wohnungen suchen Das Haus steht immer noch leer Ah, da hol ich jetzt nicht rein, aber letztes Mal. So, das wär's, hier ein flotter Wagen, so, und tschüss. So, und jetzt, Back-T, nochmal der Wegweg. Schon später, aber tolle Sonne, und da sollte man zeigen, was will jeder sehen. Und hier runter ist, wie heißt der noch, der Berg, aus Richtung Gratzenburg. Das war das Skyline von Bergen-T. Da kommt ein kranker Wagen. Da, Berg-T, genau. Sind wieder da. Jetzt wollen wir noch mal zum Penny und da ein tolles Bike kaufen. Da, Berg-T. Die Kamera ist ja ganz gut, glaube ich. Da kannst du gerade nur mein Schild damit lesen. Da, mal sehen, wer das alles auswertet. Ah, hier, ein Spielzeugladen. Da war ich auch schon mal drin. Ich finde das sehr gut da. Interessant. Da war ich auch schon mal drin. Da war ich auch schon mal. Da war ich auch schon mal. Da wollen wir schnell beim Penny was einkaufen. Wir wissen, welche Pommes oder sowas in der Bude. So, das gleiche. Er springt ein bisschen schlechter an, wenn er heiß ist. Da haben wir erstmal den teuersten Wein von Penny gekauft. 1,89 €. Mein Auto wurde hier bestaunt aus Sri Lanka. Ein paar Besucher haben das bewundert. Dann habe ich gesagt, das ist ein deutsches Auto. Da haben wir noch ein bisschen über die Tamil Tigers geredet. Das sage ich erstmal. Tamil Tigers und so weiter. Und die Dame, die war aus Singhalisin. Und so weiter hatten wir das alles erzählt. Das ist jetzt alles in Ordnung ist da. So. So. Dann war das, was wir hoffen. Nicht, dass das hier auch noch so kommt. Mal sehen. Das wir beobachten. Deswegen sind wir da. Und wir haben noch mehr andere Leute getroffen. Zumindest gesehen. Aber sprechen wollten wir auch nicht mit. Obwohl ich das hätte machen können. Ja. Kontraille Gummi. Alles versteht. Saug. Kontraille. Saug. 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 Ja. Dann geht's los hier. Ein krönliches Gas geben. Auf der B208. Raus aus Berg gehen. Aber hier ist das 70. Und dann gehen wir noch. Und tschüss.